Herzlich Willkommen zurück bei HWSQ Ultimate Chicken Horse Und wir haben was gutes rausgefunden, wir können nämlich hier rüber in die Disco Tobi komm mal mit Warte, warte, ich komm mal, ich komm hier nicht mal hoch, Alter, wie soll ich das gleich schaffen im Spiel dann? Tobi komm mal mit, jetzt passiert nämlich was richtig geil Ja Erik, wir sind oben, wir sind oben Du hast den Modus geändert Tobi Entschuldigung Ich ändere den wieder, Party Modus Hilfe, mir wird schwindelig, Hilfe Ja, Party Ich fahr auch wieder mit, ich will auch mitfahren, wartet Ich komm zurück Wo bin ich? Da oben Hallo So Das ist ja geil Das ist so geil gemacht, Alter Co-Produzenten Äh Kikkudi, Kikkudi, Kikkudi Uuuuuh Kickstarter Kickstarter Kickstarter, Kickstarter, kickstarter Hallo Anonymos Komm ich da drauf Bergkaktus Harry Vollbaum Ich will auch mitfahren, warte ich will nochmal mitfahren Juuuh Ey stopp Ich will alles anlecken Häh Hä? Was? Wie bei Goat Simulator, leg' ich auch mal an. Was? Tojo, willst du? Ja, such mich. Ach, da unten stehst du ja. So, wollen wir mal loslegen. Ja, ja, ja. Auf zur Villa, auf zur Villa. Erik ist oben im roten Haus. Ich beobachte euch. Das ist so doof. Yeah, Dachboden-Party. Nein, Tobi! Nicht ändern! Du bist so'n Drecksack, Alter. Hä, Tobi, warum Kreativ-Modus? Weil der Tobi einfach ein Fuchs ist. Weil ich richtig kreativ bin, einfach. Mann, Tobi, Alter, du bist richtig scheiße, Mann. So, hallo. Was machen die Nachbarn schon wieder? Warum hast du in deinem Haus ne Disco-Kugel hängen? Ja, weil ich Party-Typ bin. Ja, das sieht man voll, ey. Das Haus, die Räume vom Haus sind auch geil. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alte Villa. Oh Gott. Komm, Tobi. Ja, komm. Ich will den Knopf drücken. Jawohl. Was passiert jetzt? Hä? Hä? Ähm. Da ist ein Aufzug. Weg da. Wo? Tschüss. Hä? 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 Ach Mann, wer hat dieses Ding in deinem Platz? Hä? Bei mir ist kein Aufzug. Hä, der kommt doch hier grad runtergefahren. Hä? Bei mir ist kein Aufzug. Hä, wollt ihr mich verarschen? Nein, hier ist kein Aufzug. Du bist irgendwie unsichtbar hochgefahren. Hä, ich bin grad mit dem Aufzug hochgefahren, Leute. Er kommt eh nicht ins Ziel, also alles gut. Komm, stell dich mal da drauf. Hier, guck. Lol. Hä? Hä, was war das denn? Ja, ich wurde jetzt verquetscht. Geil. Oh. Oh, es ist kein Fahrstuhl. Hä? Bei uns ist kein Fahrstuhl. Bei uns ist kein Fahrstuhl. Ich schwöre, da ist kein Fahrstuhl. Hä, das ist ja voll dumm. Ja, Kappa. Ja, nur der Erste, der den Knopf drückt. Ja, das kann, aber das macht keinen Sinn. Hey, warte mal, vielleicht weil Curry das Chicken ist, bei Ultimate Chicken Horse, vielleicht hat der Vorteile. Ja, klar. Das ist der Grund, Tobi. Geil, Curry, alles klar. Wie low das war, Tobi, richtig low. Hä? Oder vielleicht weil er host ist, einfach. Hä, das kann doch nicht sein. Obwohl ist das Glas? Oh, geil. Alter, wollt ihr mich verarschen? Alter. Ja. Ich glaube, an die Glasscheiben da oben darf man auch nicht, ne? Ja, toll. Was machen wir jetzt? Ja. Leute, jetzt müssen wir mal eben überlegen. Das schaffen wir. Ich will das auch probieren. Ja. Ja. Das geht schon mal nicht. Das geht schon mal nicht. Juhu, juhu. Okay, ich berechne die Formel jetzt und lass mich dann durch die Lücke schießen, ja? Okay. Oh. Ja, die Glasscheibe. Okay, komm. Klappt. Klappt gut. Tobi, durch die Lücke. Rechts, rechts. Ja, Tobi, du musst rechts durch die Lücke. Du musst das schaffen. Warte mal. Komm, schieß durch jetzt, Tobi. Komm. Ja. Oh. Hä? Tobi, komm. Nein. Geil, Tobi. Oh, ii. Ii. Alter, die Beine breitgemacht. Oh, die Schmerzen beim Zugucken. Das ist genau mein Ding. Seht ihr nicht da oben die Kammer? Das ist der Aufzug. Da ist ein Dynamit. Nice. Alter, Tobi. Mann, ey. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Achso, stimmt. Weil es was geil wäre, mit dem Dynamit jetzt einfach irgendwas, ein leeres Feld in Luft sprengen. Nein. Mach das hier weg. Ja, mach das Ding da weg, bitte. Komm, Erik. Alter, ernsthaft. Du machst das falsch gesehen. So. Achso, ich dachte, das springt im Umfeld. So. Alter. Das könnte klappen. Nee, das sind die Glasscherben. Das sind die Glasscherben. Das sind die Glasscherben. Alter, nein. Du hast nichts gesehen. Warum hast du das zugebaut? Garry. Garry war oben. Oh nein. Garry war oben. Ich liebe euch auch. Du bist so ein schmach Mat, Alter. Ich dachte schon, ich wär doof. Tobi. Ja. Ja. Können wir nicht Räuberleiter oder sowas machen? Ich gebe euch gleich Räuberleiter. Ah, Tobi. Ah, Tobi. Das ist Kunst. Komm. Mach einfach so. Lauf einfach gegen die Treppe. Okay, warte. Ja. Und jetzt? Ja, Tollcurry. Ja, ich habe die Strecke versaut. Hä! Hä?! Was? Was ist das? Was bist du, Pan? Ein Pferd. Ih, dein Arsch. Ich bin ein Pferd. So. Ja, wir müssen alle aufgeben. Ja geil, tschüss. Ja. Ich muss doch gehen. Ich glaube daran, dass es geht. Und ich hab eigentlich noch dieses Teil da auch. Erik, komm, wir machen das jetzt, ja? Ja, okay, wir zeigen uns, wie es geht. Nein, guck! Ihr gebt auch auf, ihr Schweine. Alter! Ich hätt's schon fast gehabt, ich war fast dran, von der zweiten Stufe muss das irgendwie gehen. Wie konnte der Curry den Garten auch rützen, hat der Tod gesagt? Alter. Das klappt nicht. Das hat vorhin fast geklappt. Man muss doch irgendwie... Alter, man... Man muss halt... Es drückt doch mal B! Ja, komm! Schon klar! B! B! Okay, irgendwas wegspringen bitte, bitte wegspringen jetzt. Es war ein Meinfeeder, sorry Leute, es tut mir leid. Oh, geil! Ah, klar, okay. Abfängt uns aber hier auch nicht weiter. Oh mein Gott. Ah, das ist aber gut! Nein! 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 Hä, wieso? Nein, wir nehmen das Trampolin, wir nehmen das Trampolin, Alter! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Was, 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 was? Nein, weg, weg! Ihr seid jetzt gar nichts mehr! Ihr seid so schwach Marten, wir hätten da drauf und dann nach oben können! Was wollt ihr denn? Nein! Wir wollen doch das Trampolin nutzen! Nein! 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 Wer hat das Eis hier hingelegt? Alter, Erik! Weiß ich nicht, Tobi! Hallo! Tobi! Ja, und jetzt? Das ist aber hier echt problematisch, ne? Von Erla mit seinen unsichtbaren Aufzug! Ja, aber echt! Scheiße! Warte! Ja, tolle Idee! Äh, ja, tolle Idee! Äh, jetzt! Weißt du? Mich will ich denn nicht! Toll! Hä, Pa! Ja! Warte! Da kommt man nicht durch, oder? Oh! Pipp! Ciao! Das schaffen wir nicht! Scheiße, was mache ich denn jetzt? Oder was machen wir jetzt? Komm, noch eine Hunde weg! Noch eine Hunde und wir kriegen das hin! Puri! Bitte bring dich um! Ah, danke Pa! Echt nicht von dir! Nö, Stich! Ach krass! Da kann man drauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da kann man ja drauf stehen gehen! Es bringt noch nix! Es bringt noch nix! Echt nicht? Na ja, mit ganz viel Trampolin! Oh, schön! Was haben wir denn hier so? Alles klar! Ich rette die Welt! Yeah! Ich habe alle gerettet! Äh, Tobi! Tobi, hast du das zu planen! Ey, aber warum? Tobi! 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 Am Ende löten wir jetzt, ne? Huuu! Nein! Ficken! Ja, hier kommt man nich weg weg. Oder? C small! Nein! Nein! Ah, der Erik hat's ja fast geschafft, oder? Ist das ein... Oh mein Gott. Oh! Alter, das gibt's doch nicht. Ich hab mich angesappert. Tobi, warte mal. Wir können ja eigentlich auch... Wir können ja auch einfach uns helfen, Tobi, oder? Da, guck mal, da oben! Tobi, es ist eine Falle. Was ist das? Was tut du mir... Da oben, Tobi, guck mal da oben! Pan, wie bist... Ach, du bist ja da, du bist ja ganz normal gelaufen. Tobi, es ist eine Falle. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Was? Ja, Tobi! Tobi, geil, Mann, geil! Ich gönn's dir, ich gönn's dir, Tobi! Geil! 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 Ich hasse alles. Oh nein! Oh schuldig! Was? Tobi, was? Sau! Willst du mich verarschen? Was denn? Alter, nee! Komm, hau ab! Junge, ey! Der Erik macht immer zuletzt! Der wartet immer ab, ey! Nein, ich wollte meine Treppe nutzen! Scheiße! Oh, dankeschön! Jawoll! Komm, Tobi, du schaffst es! Die Treppe ist echt gut platziert! Schade, Tobi, schade! Was willst du von mir? Die Treppe ist gut platziert! Ich wollte nur helfen! Was haben wir denn hier? Oh, geil! Ähm... Was? Curry, warum? Hä, ein bisschen das Niveau anheben hier! Ja, geile Treppe! Ja, das geht aber! Guck mal, das geht! Das geht wirklich! Oh! Die Scheiße! Oh mein Gott! Erik, pass auf! Oh mein Gott! Warte! Tobi! Ich will auch mit Fahnen! Äh, Fahnen? Fahnen, kommst du? Ja! Schade, ey! Hast du einfach keine Punkte? Was? Was? Ja, sicher, Alter! Was ist das denn für eine Logik? Oh, schön! Ich hab da auch ne Idee! So! Alter, Tobi, das geht nicht! Doch! Geht schon! Das fährt ja hoch und runter! Alles gut! Das fährt ja hoch und runter! Geile Ausrede! Alter, was ist das? Das geht schon, Tobi! Das fährt hin und her! Guck mal, der Tobi! Ey! Gott, Scheiß! Ich tanze mit! Alter, wie gemein ist das denn jetzt eigentlich? Hä? Der Erik hat gecheatet! Hä, der hat voll geleckt bei mir, Alter! Der ist voll gebeamt! Ja, komm! Wir müssen das einfach ertragen! Ha! Ah, Mist! Okay, warte! Oh scheiße, mach ich denn jetzt! Wer hat denn die Scheiße hier oben hingesetzt, ey? Watt denn? Ja, Mann! Oh, geil, ey! Alter! Tobi! Tobi hat... Der hat Bock, ey! Tobi hat Bock! Hä? Hä? Oh, hä? Was hat euch im Kopf? Kein wenigste, ey! Alter, Pan! Ist doch nicht dein Ernst, ey! Doch! Oh Gott! Ähm... Oh, schön! Keiner nimmt die Bombe! Alter, keiner nimmt die Bombe! Was ist das? Ernsthaft, Tobi? Willst du mich verarschen? Äh... Das ist eigentlich lustig! Was? Tobi, was? Okay, geil! Das geht aber! Was? Ah, ist klar, das war's! Das geht aber! Das fährt doch hoch und runter! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh, Tobi! Ey! Wie soll man da durchkommen? Huuuuh! Oh mein Gott! Alter! 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 Oh scheiße! Alter, die ballern mir alle die Pfeil hinten rein, Mann! Alter, hast du so verdient? Hey, warum ist das mit dir Luftfahren? Also bitte! Hä? Ich glaube, der hackt! Ich muss noch nicht hoch! Ähm, ja genau die Stufe! Achso! Hä? Nein! Oh nein! Oh nein! Alter Tobi! Alter Tobi, du bist ein Fuchs! Alter, du bist doch ein Arschloch, Tobi, ey! Du bist ein richtiges Arschloch, Mann! Mann, Tobi, ey! Mann, Tobi! Das Spiel macht so viel Spaß, aber ich bin so scheiße schlecht! Alter, keine Bombe! Ernsthaft? So! Noch mehr Eis! Hä? 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 Was spreng ich denn jetzt? Was stimmt denn nicht mit mir hier? Warte Pferd! 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 He! Und die treppe! Der hat die treppe weg gemacht! Alter! Der habe die treppe weggemacht, ey! Mann! Ja, viel Glück! Viel Glück, viel Glück. Okay, Mann, du zuerst, komm. Ladies first. Warte, warte, warte. Wer hat da Eis drauf gemacht? Ich nicht. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter. Ich glaub, Erik lebt noch. Ich schaff's noch. Alter, das ist krass, Mann, das ist so krass. Nee, warte, 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 warte. Es macht so Bock, ey. Oh, die Blume ist schön. Entschuldigung. Oh, schön, guck mal. Hä? Was haben wir jetzt, Tobi? Ach so. Honig. Honig. Tobi, ich wollte ihn aufbringen, aber hab ich nicht gemacht. Wir werden, wir werden... Alter. Hä, die Blume, willst du mich verarschen? Ernsthaft? Wie, warte mal, was? Nein. Boah. Hu. Hu. Alter, die verprügelt mich, Mann. Entschuldigung. Nein. Guck mal, wie er noch lächelt. Guck mal, wie er lächelt, deine kleine Pimmel, ey. Das ist doch nicht wahr. Boah. Ja, gesehen, ich zu uns. Oh mein... Alter! Boah. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht wahr, ey. Aber was mach ich jetzt, Alter? Muss oben lang, ich muss oben lang. Also, wir hüpfen fröhlich rum. Du kannst da aufs Dach drauf, Erik. Warte, warte. Kann ich? Ja, ja, ja. Verarscht du mich auch nicht? Nein! Der verarscht mich sowas von. Ja, komm. Oh! Hä? Hä? Versteh ich's nicht. Warte, geil! Ja, Erik. Und jetzt? Ja, komm, das geht. Alter! 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 Was? Boah, ich lache, Alter. Das ist so ein Hetzlon, ne? Ey, ja, Mann. Ich spreng alles weg, ist mir scheißegal, ey. Hey, was? Alter! Ihr wollt mich doch alle verarschen. Schade, meine ist für'n Arsch. Die knallt leider aber dagegen. Boah, Alter! Tobi! Tobi! Gut! Oh Gott. Alter. Hey, wie wirst du denn da hoch gekommen, Alter? Ich glaub, dass weiß er selber nicht. Näh. Hu! Alter! Oh... Handhunt! Ah, ich fliege! Alter. Oah! Nein! Alter, der kriegt halt immer die Blumenfalle-Punkte, Mann. Der hat doch gewonnen jetzt, oder nicht? Ja, Alter. Ey, du willst mich doch verarschen, ey. So ein dreckiger Mann. Plus 8, plus 8. Wir sind ja gerade am Vorproduzieren. Machen wir noch eine Runde, oder ist jetzt die Folge zu Ende? Wir machen die nächste Folge, oder? Ja, wir haben noch ein neues Level, oder nicht? Haben wir noch ein neues Level? Ich glaube nicht. Hä, lustige Geschichte? Was gibt's zu uns nicht? Erzähl mal eine lustige Geschichte. Hä, haben wir keinen Level mehr. Ich weiß noch, als du lacht hast, als du den gesehen hast. Hä? Was ist mit dem freien Spiel eigentlich? Roast Yourself, oder? Ich weiß nicht, was freies Spiel ist. Hä, gibt's jetzt keine Level mehr, oder was? Das Spiel ist nicht verurteilt, in dem Fall dann. Achso, ja, dann ist doch gut. Äh... Und Kreativ-Modus? Einer baut ein Level, die anderen müssen's ausbaden, das können wir auch mal probieren. Hä? Das ist so, oder was? Ich, ich weiß es nicht, nehm ich mal an, oder? Hat er gerade geraten. Ha ich geraten. Ja, wo sollen wir dann mal... Ja, keine Ahnung, ich weiß halt nicht. Aber wir spielen einfach nochmal ein normales... Achso, haben wir gar nichts freigeschaltet. Ja, aber es kann nicht sein, dass das Ding nur drei Level hat, alter. Jetzt zehn hat das, aber wir haben keins freigeschaltet. Ja, und wie machen wir das? Und hier nach oben können wir ja auch noch. Warte mal. Ja, das sind aber, das sind aber, äh, selbst erstellte. Oh, ich vergesse das immer. Hö! Geh weg! Geh weg! Ey! Ich komm mit dem Aus gar nicht nach oben. Nee, da oben geht's nicht hin, leider. Oh, schade. Hä, gibt's jetzt kein Level mehr? Nee, wir haben keins mehr freigeschaltet. Aber warte mal, warum ist das bei dem Hausdach... Hausdach sind so ein Fragezeichen? Ja, das müssen wir dann nochmal machen. Vielleicht haben wir das überhaupt geschafft. Hausdächer? Haben wir das überhaupt geschafft? Achso nicht. Achso, dann machen wir das einfach nochmal. Dann mach' das in der nächsten Folge, oder? Ja. Alles klar! Tschüss! Vielen Dank fürs Zuschauen und zum nächsten Mal! Ciao! Outro